Eine qualitative und leistungsstarke Hochschullehre ist das Fundament für Spitzenleistungen in Forschung und Entwicklung. Um die Qualität der Lehre zu gewährleisten, braucht die RWTH Aachen exzellente und engagierte Lehrende, die ihre Studierenden begeistern und den aktuellen Forschungsstand optimal vermitteln können. Mit der Auszeichnung zum RWTH Lecturer ehrt die Hochschule seit 2012 promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des akademischen Mittelbaus, die sich durch ihr persönliches Engagement sowie durch herausragende Bewertungen der Studierenden auszeichnen. 2020 wird der RWTH Lecturer vergeben an Dr. Ingenieur Wen Wen Song, Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Metalle und Institut für Eisenhüttenkunde. Good teaching for me at first. The lecturer is very willing to share their knowledge and the knowledge is transferred to the students in a very interesting and easily understandable way. In my course, I tend to keep the atmosphere as open and interactive as possible, so that the students in my class can understand me and positively thinking and questioning. One very interesting feature is not, I would like to sit in the chairs of the students and feel what they feel. Thank you very much again for awarding me this RWTH Lecturer. It's very valuable to me. Dr. Stefan Bettbohr, Lehrstuhl für Statistik am Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik. Gute Lehre bedeutet für mich, in einer Veranstaltung das Interesse der Studierenden für die Thematik zu wecken und dabei gleichzeitig solides Fachwissen zu vermitteln, auf dem weiter aufgebaut werden kann. Die hierfür verwendeten Methoden sind sicherlich vielfältig und hängen nicht zuletzt auch von der Persönlichkeit des jeweiligen Dozenten ab. Grundlegend ist dabei natürlich die Freude am Unterrichten und die Motivation des Dozenten zu lehren ist ebenso essentiell wie die der Studierenden zu lernen. Für die Auszeichnung zum RWTH Lecturer und die damit verbundene Wertschätzung möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sie hat mich sehr gefreut und bestärkt mich in meinem Engagement in der Lehre.